We are Welding, was heißt das kurz und knapp? Das heißt wir schweißen, denn wir sind einer der weltweiten Technologieführer im Bereich der Schweißtechnik. We are Welding bedeutet aber auch wir sind schweißen und das genau beschreibt die Leidenschaft mit der wir seit über sechs Jahrzehnten unser Geschäft betreiben und zwar zusammen mit unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden, unseren Partnern rund um die Welt. Und genau dieses We in We are Welding, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl, das trägt uns, das macht uns aus als Familienunternehmen und unter dieser Prämisse wollen wir die Schweißtechnik der Zukunft noch sicherer, noch wirtschaftlicher und noch ressourcenschonender entwickeln. Das schweißt zusammen und so sind wir die EWM-Familie. Wertschätzend Innovativ Kundenorientiert Digital Freundlich Technikbegeisterung Work-Life-Balance Weiterentwicklung Zukunftsorientiert Selbstständiges Arbeiten Transparenz Vielfältig Entspannt Familiär Gemeinschaftlich Bei uns, bei EWM, steht einfach das Team im Vordergrund. Motivierend Kreativ Kreativ Innovativ Abwechslungsreich Kompetent Begeisterung Wenn ich nach innen sehe, wenn ich nach außen sehe, Qualität Authentisch Technologie Familiär Ankommen Stark Miteinander Umfangreich Spannend Innovativ Innovativ I would say EWM was the first job Kollegial Entscheidungsfreudig Familiär 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 Amik An Viens Amik Jo Sie Untertitelung des ZDF, 2020